Wann hat er gespeichert? Das war so klar Alte Spiele und ihre fucking Checkpoints, ne? Der Freund unfassbar gut funktioniert, deswegen brauchen wir nicht nochmal Aufhör mit der Spitzhacke auf mich loszugehen, was schippt denn mit dir nicht? Au, das war nicht nett Da haben wir nämlich auch dadurch unfassbar viel Munition gespart Die wir jetzt aber gleich wieder so wieder ausgeben würden Von daher ist es wiederum völlig egal Ah, echt jetzt Alter, was war das denn jetzt? Alter, wo zählst du hin? So Eins nach dem anderen jetzt Kann ja nicht drauf schießen No Na Ja Jef Entdeckung Sitzung Ja Er ist ein wie oft will der noch mal neukommen ach er schon wieder einer da hinten ich dass man wie man hier schaden kriegt genau deswegen nicht an die minigun gehen wie wenig hat das denn hergegeben willst du mich verarschen hatte ich ja null gelohnt ein scheiß witz alter es wird auch mit dem automatischen zielen man es gibt ja nicht ja 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 Das wird sie nicht. 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 Das wird sie nicht industriegenommen. können das hier ist echt gut hat zwar wenig munition aber ist echt gut haut ordentlich rein die waffe 1000 pieces in gold to the man who brings me that gringo's head ich muss nach vorne drücken damit ist doch einer steh endlich meine güte okay in jedem anderen spiel wäre es jetzt gestorben um sie auch immer so schnell dazu kann ich ihn eigentlich ja kann ich au 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 ach so und tschüss ha ihr schweine falsche seite falsche seite du dummes pferd da kommt das scheiß pferd nicht hinterher zu mir was war das denn du dummes gaul ey du wirst du lass dann hier verarbeitet das sag ich dir mein freund oder du 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 Bis zum nächsten Mal.